Every time I turn around you, it's a pit Wer cheated, der fliegt Das ist so krank Das bringt uns rein gar nichts, wir kommen einfach nicht weiter Wir haben bis jetzt noch kein Perfect Match Wir sind uns wirklich sehr, sehr sicher, dass wir das Perfect Match sind Alle Daumen drücken Also, wenn man den Trailer sieht, da sieht man auf jeden Fall schon, dass da ordentlich was abgeht Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt Da geht es auf jeden Fall weitaus mehr ab als bei uns Aber der Trailer ist interessant Es macht Spaß dazu zu gucken Marcel! Was ist los? Ja Die Situation, Laura, Leonie und Marcel Also, boah Ich denke mir die ganze Zeit so Mädels, mach doch bitte die Augen auf Also, mir tut Laura extrem leid Weil ich glaube, Laura meint es schon irgendwo ernst mit Marcel und Marc Marcel Und der Marcel, der spielt irgendwie mit beiden Der hat ja sowieso auch gesagt Laura ist meine Nummer 1 Aber Leonie finde ich genauso attraktiv anziehend Und ist irgendwie auch noch bei ihm im Kopf Und ich glaube, dass Marcel und Leonie ein Perfect Match sein könnten Weil ich Leonie so einschätze Ich glaube, sie ist ein sehr, sehr liebes Mädchen Aber ich glaube, sie steht auf diese Bad Boys Sie steht darauf, wenn ein Mann nicht sofort zu ihr Ja sagt Sondern wenn sie ihn so ein bisschen erobern muss Also, ich hatte immer richtig Spaß an den Challenges Man konnte teilweise im Team und teilweise musste man auch alleine kämpfen Deswegen war das immer ein cooler Tag Also, man wollte auch immer gewinnen Weil man wollte immer irgendwie mal raus Man wollte auf ein Date Man wollte, ja mal was anderes sehen Jemanden kennenlernen dabei Und es war immer eine coole Sache Damit haben wir unsere beiden Date-Gewinner Marcel und Dominik Herzlichen Glückwunsch Nicht schlecht Also, der Marcel hat das sehr, sehr gut gemacht Dass er etwas runtergegangen ist Und dann den anderen rausgekickt hat Ich bin gespannt, wen der Marcel jetzt wählt Ob er jetzt die Leonie oder die Laura wählt Ich bin so gespannt, ne? Ich weiß nicht Glaubst du werden gewinnt? Ach, die sind schon süß Also, ich meine, wenn die sich wirklich mögen Und vielleicht ein Perfect Match sind Dann gönne ich denen Aber ich würde es auch nicht cool finden Weil gefühlt hat er dir die ganze Zeit Irgendwelche Erdbeeren in den Mund gestopft Ich hätte auch erst mal gesagt Sorry, langsamer Ich würde mich auch mal ganz gerne mit dir unterhalten Die sind ja gefühlt nur am Essen Auf extravagante Rutsche Gibt ihr mir? Aber schon oft so, dass es da weg ist, ne? Ich wusste, dass er ihr Bein ablegt Das war klar Aber, ähm, ja Man könnte meinen, er hat das extra gemacht Mit dem Dreckigmachen, ne? Man könnte meinen, er hat das extra gemacht Damit er danach ihr Bein ablegen kann Erstmal natürlich erfahren Wer in die Matchbox gewählt wurde Marcel und Laura Oder Dominik und Vanessa War klar, dass die beiden gewählt wurden Aber es ist auch gut so Und ich hoffe, die sind schlau und verkaufen diese Matchbox-Entscheidung nicht Aber wenn es ein Perfect Match ist, werde ich dir heute ein Kind verpassen Hat er gerade gesagt, wenn wir im Perfect Match sind, werde ich dir gleich andere Kinder fassen Oh, ja, okay Also, ich weiß nicht, in welchem Film der ist Wenn man zu mir sagen würde, äh, oder wenn man, wenn Kevin zu mir gesagt hätte, wenn wir heute Nacht ein Perfect Match sind, dann verpasse ich dir gleich ein Baby Ich, äh, ich hätte ihn wahrscheinlich angeguckt und hätte ihn gefragt, in welchem Film er lebt Also, finde ich total schrecklich Ich hab doch mein Leben, Alter Na, sieh mal einer an, kein Match Also, dann, ja, glaube ich immer noch, dass Marcel und Leonik Match sind Und bei der Laura Boah, wie kann ich mir denn für Laura vorstellen So, Laura ist eigentlich so eine totale Liebe Und so eine sehr, sehr ruhige Person Ich glaube, Laura ist auch so eine Person, die verliebt sich schnell Und die möchte dann auch einen Mann, der, ähm, ja, der wirklich immer für sie da ist, sag ich mal Aber, ähm, so auf Anni fällt mir niemand ein Es könnte sein, dass Laura und Marc ein Match sind Weil, ähm, ich finde, die beiden sind optisch zusammen ganz cool Und ich glaube, dass Marc ihr, äh, auch so, ja, so eine Schulter zum Anlehnen geben könnte Aber es ist echt schwierig bei Laura Also, ich wollte mich sowieso mal beschweren Warum hatten wir keinen Boom Boom Boom? Äh, finde ich, also, finde ich überhaupt absolut dreist Der Kevin und ich, wir hatten nicht einmal unsere Privatsphäre Wir hatten immer einen schnarchenden Ferhat neben uns Wir hatten teilweise rechts auch noch den Axel und gegenüber auch noch den René neben uns Und wir mussten uns irgendwelche Matratzen aufstellen, damit wir unsere Privatsphäre haben Aber, äh, ist schon eine coole Erfindung Die Respektlosigkeit, die du schon wieder machst, ne Ich würde, ich würde dich so gerne, wenn ich ein Mann wäre, ich würde dich so gerne boxen Ja? Mir tut Laura total leid Also, Laura ist so eine Liebe Boah, das ist also schrecklich Diese Art ist schrecklich Wenn ich mit jemandem zum Beispiel diskutiere Dann kann ich es auch nicht haben, wenn er mir ewig ins Wort fällt und sagt So, lass mich doch ausreden Ganz ehrlich Wenn er Eier hat, dann würde er sie ausreden lassen Dann würde er vernünftig mit ihr reden Und nicht Also, schrecklich Ich kann mir vorstellen, Daniel und Kathleen sind ein Match Leonie und Marcel sind ein Match Und Marc und Miriam sind ein Match Ich kann es nicht in dir passieren, dass wir die Appelten, immer noch einen Match Ich kann es nicht in dir sagen, dass wir das Ich kann es nicht in dir sagen, dass wir die